Nicht zu vergessen, dass wir uns vielleicht auch mal heilen sollten. Komm, gebt ihm! Was macht ihr denn da? Schmeckt! Finde ich gut, weg da. Barret, move your fucking ass, Junge. Erstmal alles aufleveln, weil wir's können. And it's dead. And I'm almost dead, too. So, Fertigkeiten, Schockschuss. Bam! Und Limit Break in the air, boom! Boom! Ja, man, den hat's voll zerrissen. Der Arme. Komplett zerrissen hat's ihn. Äh, Barret. Wie sieht's aus? 100%. Got it. So, nächste Sturmgewehr. Ausrüste. Yes. Und Lederhandschuhe. Was haben wir da? 30%. Okay. Ah, kriegen wir hin. Hat's ihn zerwixt. Moment, aber. Sind wir hier richtig? Ja, doch. Aber ja, doch. Oh, shit. Das Sahagin. Uh. Okay. Tiefer. Nicht cool, nicht cool. Wir müssen erst den Sahagin platt machen. Sahagin. What? Come here. Ja. Frosch tritt. Fuck it. I'm frogged. Ich zieh nicht zurück. Dann übernimm. Hier kommt Barret. Nee, den da. Barret in the house, Bish. Avalanche Credo. Avalanche Credo. Müsste es sein, ja. Äh, Feuer. Sahagin. Oh, ein Schockschuss hinterher. Ah, kacke, Mann. Die ist immer noch gefrogged. Komm, hau ihn weg. Falsche. Da. Komm, Sahagin. Die little piece of crap. Dass die gar nicht mehr da rauskommt, ne? Ah, wenn ich nah genug dran bin, kann ich damit heilen, oder? Ah, sah ich das gerade falsch? Ja, schon. Oh. Okay, geschafft. Na, 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 na. Nice. Sieg. Jetzt müssen wir trotzdem. Barret. Sturmgewehr. Ja, doch, haben wir bald. Das ist tatsächlich Avalanche Credo, ne? Gib vorübergehend eigene TP an die Gruppenmitglieder ab, die Schaden erleiden. Das ist cool. Äh, ja. Gut. Aber erst mal heilen. Yes. Hi, Lorne. Barret, mein Trommelfeld. Hm, Barret. Vitra tiefer und tiefer gibt jetzt Vitra an Cloud. Was Chaos. Okay, go. Moment, da geht's weiter. Das würde bedeuten, da hinten ist der Raum. Endlich. Oder? Ja, da ist er. Okay, damit haben wir nämlich dann die Verstecker auch alle klar gemacht. Damn, Mokri-Medaille. Moment mal. Ja, doch. Ist richtig. Das müsste doch eine Art Schatzkammer sein. Or is it? Komm, bevor ich jetzt wieder was übersehe. Naja, aber da geht's nirgends runter. Super Tränke. Okay, Barret. Wo ist die Schatzkammer? Schatzkammer! Hab ich alles gesehen. Ich hoffe es. Oh, hey. Und. Kein Haken tritt. Okay, er hat's gelernt. Das ist schön. So, die Pluglose sind wir schon mal los. Tiefer. Komm schon. Komm schon, Tiefer. Ran da jetzt. What is happening? Gib ihm! Uncool. Und nochmal. Haken tritt. Yes. Sie ist dead. Haha. Und. Fähigkeit gelernt. Sauber. Awesome. Keine große Sache. Du sagst es. Du sagst es. Äh. Bullshit. Falscher Charakter. Sturmgewehr. Ist 100%. Gut. Knallprotz ist schon 100%. Das will bedeuten. Next up. Atomschere. Äh. Energiehaken. Okay. Cool. Und bei Tiefer. 100%. 100%. Ja gut. Die Schlaglinge sind mega stark. Egal. Überschallfäuste. Nächste. Yes. Und ab dafür. Die sehen bestimmt auch gut aus. Trotzdem. Äh. Sind wir immer noch nicht da wo wir hinwollen. Wie war es das? Das kann es nicht gewesen sein. Vielleicht war das auch nicht der Raum, den ich gesucht habe. Nicht sicher. Ab geht's. Boom. Oh yes. Alter. Der hat das aber gegeben. Äh. Energiehaken. Okay. Hat sich erübrigt. Yes. Awesome. Wie sieht es denn eigentlich aus hier? HP-technisch. Ja. Gut. Kann man so lassen. Und ab dafür. Hm. Das war die Seite, wo wir nicht mehr durchkamen. Okay. Jetzt sind wir aber wieder hier oben. Was bedeutet, vielleicht ist hier irgendwo der Raum, den ich suche. Da geht's weiter. Äh. Okay. Wir können hier einiges gar nicht mehr aufsuchen. Na gut. Eine Markierung von Avalanche. Joach. Der General-Key. Der General-Key. Tiefer. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja. Ich unterbreche eure Unterhaltung nur ungern. Aber auf der anderen Seite ist der Kanal, zu dem wir wollen. Wissen wir doch. Strächer. Kannst du auch mal was dafür tun, oder? Was ist der Typ? Willkommen im Untergrund. Okay. Wound open. Ah, da. Hier war aber vorher noch nicht auf. Ihr geht vor und sichert den Weg. Schon klar. Darf ich was fragen? Warum hast du uns damals bei der Brautschau geholfen? Weil Anjan mich darum gebeten hatte. Mehr nicht? Ich weiß genau, wann ich mich besser zu fühlen habe. Wie? Los. Jetzt macht endlich. Jo. Was ein Arsch. Let's do this. Drei Stück. Ah, hervorragend. Ich bin nicht übertreibend. Rucker. Nicht übernehmen. Oh, Barret im Nahkampf. Wie geil ist das? Okay, cool. Fahr zur Hölle, by the way. Oh. Scheiße. Weg da. Oh, Vitra. Barret. Jetzt bin ich fertig. Au, ja. Au. Du sagst es. Bam. Durchbrache, hä? Geil, cool. Barret ist ein Nahkampf-Legastheniker. Ich merke schon. Aber so richtig. Aber so richtig. Weg. Boah, weg da, Alter. Oh, Mann. Barret ist kampfunfähig. Das ist ja schon mal nicht so cool. Rückwärts, Aldo. Uh, tiefer, ey. Gut, an denen ist es vielleicht nicht ganz so geil zu skillen, ne? Ich könnte Barret ja wiederbeleben, ne? Theoretisch. Nee, das seh ich. Tiefer. Du kassierst die ganze Zeit, aber gibst nicht auf. Shit. Uff, exploded. Okay, ihr wollt jetzt nicht anders. Salto. Mh, 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 mh. Bam. Quasi. Mh, äh, Barret, Vita auf dich selbst. Und dann. Wieder mal durchlunsen, wie weit es ist. Was haben wir denn da? 60%, okay. Bei tiefer. 80%, gut. Okay, wo geht's weiter, du Stricher? Oh, Mann. Hier schon mal nicht. Aber wo ist bitte diese letzte Schatzkammer? Seriously. Ja, Mann, warte. Müssen wir noch ein bisschen leveln. Wir erreichen gleich Corneos Versteck. Ab hier geh ich voraus. Whatever. Ah, that looks good. Neue Musik und so. Kaufen. Yay. Lay down some rubber. Okay. Mega Trank. Drei Stück für 900. Geht voll klar. Das geht auch voll klar. So. Phoenix Dawns haben wir gar nicht mehr so viele. Okay. Versiegelung. Aktionshemmende Magie. Schlafsturm, Tobsucht. Das müssen wir eigentlich alles noch, hätten wir alles skillen können. Müssen. Na ja, gut. Wir chillen hier erstmal. Mit dem� Bis zum nächsten Mal. Be fishing. Untertitelung des ZDF, 2020